Die Arbeiterkammer Steiermark bietet wie jedes Jahr die Steuerspartage an. Hierbei können sich Rat und Tat zu ihrer Arbeitnehmerinnenveranlagung bei den Experten der Arbeiterkammer holen. Dafür haben wir eine eigene Hotline eingerichtet, die können Sie unter 05 77 99 2507 kontaktieren, einen Wunschtermin vereinbaren und bei dem Termin können Sie in einem 20-minütigen Gespräch Ihre Arbeitnehmerveranlagung individuell und auch privat durchgehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017